Ja Leute, nochmal hier kurz große Neuigkeiten bei Liebeship. Ich wollte einfach nochmal ein extra Video zusammenfassen. Viele haben ja auch schon alle Kurse und gucken das nicht mehr. Einmal kommt jetzt der Antidrama-Kurs raus. Da gibt es noch so einen Frühbucherpreis. Dann haben wir eine Aktion von heute 11. Juni bis 13. Juni. Abends gibt es Modul 1 und Modul 2, also gerade für Einsteiger super Kurse, mit absoluten Basics. Also gerade Modul 2 ist, glaube ich, einer meiner unterschätztesten Kurse. Da sind mega Trance drin und viele andere Sachen. Also diese beiden Kurse und das Paket von den beiden gibt es 23% drauf mit dem Code Sommer 23. Und dann gibt es noch eine, also aus meiner Sicht, wirklich kranke Neuerung, wo ich mich so darauf freue. Genau, Selbstbehauptungs-Challenge. Könnt ihr noch einsteigen. Die läuft gerade. Ich glaube, nächsten Monat ist dann wieder, ich glaube, wieder die Standard-, also die Basic Selbstliebe-Challenge am Start. Ja und die krasse Neuerung, habe ich gerade gesehen, dass das jetzt in die Beta-Phase geht. Es wird eine Liebeschip-App geben. Ich freue mich da so drauf. Ich freue mich da so mega drauf. Es hat ja schon so ein abgespecktes Ding mal gegeben, aber es wird jetzt eine richtig gebrandete Liebeschip-App geben. Also für, denke mal für beides, für iPhone und für Android. Und ich freue mich da mega drauf. Kostet zwar nur Schweinegeld, aber ich freue mich so auch für euch, weil ich weiß, dass die meisten das am Handy nutzen. Und das wird richtig cool. Bis bald, Leute. Bis bald. 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 Bis bald.